Messung, Tastverhältnis, 1990er, M116, 420 SIL, Motor, Betriebsform bei gut 80 Grad Celsius und das ist das Tastverhältnis, das gemessen wird. Pin 2 Masse, Pin 3 Tastverhältnis. Drehzahl. Bei ca. 800, eventuell etwas niedriger. Klimaanlage ist aus. Alle Verbraucher sind aus. Tastverhältnis schwankt um 70% herum. Plus, Minus, Acht würde ich sagen. Nun eure Meinung. Wo sollte das Tastverhältnis sein?